Okay, Ladies in Channel 9, es geht los. 3, 2, 1... Zeit für Musik. Zeit für Musik. Zeit für Musik. Es ist immer Zeit für Musik. Hit Radio Ö3. Österreichs Hit Radio. Zeit für Musik. Das ist Ö3. Österreichs Hit Radio. Hit Radio. Wir sind Ö3. Österreichs Hit Radio. Zeit für Musik. Jetzt ist Ö3. Hier ist... Jason Rulow. Und wir, wir sind Österreichs Hit Radio. Es macht gute Laune, wenn wir es einschalten. Zeit für Musik. Wird die Laune hier besser. Okay, und jetzt? Zeit für Musik. 1, 2, 3, 4. Get up! Zeit für Musik. Einmal wach machen, bitte. In 7 Minuten, halb 9. Guten Morgen, Österreich. Der Ö3-Bäcker. Dicht gefolgt von der Ali Golding. Es ist 8 vor 7. Guten Morgen. Uhrzeit, B-B-B-Bitter. 6.52. Oh, Zeit für Musik. Hier ist Ö3. Ö3-Citradio. Begir. Zeit für Musik. Es ist immer Zeit für Musik. Let's go. Hier ist Ö3. Ö3-Citradio. Es ist Zeit, Frodo. Finde ich auch. Zeit für Musik. In die Hosen, Matrosen. Es ist 5, 5, 8. Der Ö3-Bäcker. Dienstag, der 3. Mai. Alles, was wichtig ist. Praktische Infos zum Start in den Tag. Guten Morgen, Österreich. In 7 Minuten für Sie um halb 8. Hallo. Was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Äh, 9 vor 7. Falsch. Es ist Zeit für Musik. Verdammt richtig, Mann. Ja, ja, ja. Hitradio. Hitradio. Ö. Wait for it. 2. Der Ö3-Bäcker. Guten Morgen. Es ist 7 vor App 7. Guten Morgen, Österreich. Hier ist Ö3. Kannst du es auch anmachen gerade? Äh, ja. Österreichs Hitradio. Hitradio. Zeit für Musik. Okay, alles klar. Und jetzt? Es ist gleich 7.42 Uhr. Oh, Zeit für Musik. Musik, yeah. Guten Morgen, Österreich. Hier ist Ö3. Klingt cool, das klingt nice. Österreichs Hitradio. Zeit für Musik. Ö3. Schönes Frühjahrs-Bäcker, Österreichs. Hitradio Ö3 am Vormittag. Mit Elke Rock. Ja, die höre ich wirklich gern. Zeit für Musik. Hitradio Ö3. Okay. Ö3. Bye, bye. Hollywood Hills, I'm gonna. Der Song deines Lebens. Waterman and Sugar High. Madonna Grün. 60 Minuten für dich. Ah, jo. Geht. Sehr gerne, danke. Der Song deines Lebens. Der Song deines Lebens. 0800 600 600. Anrufen jetzt für eure Musikwünsche. Hallo, ich bin die Kathi und ich möchte mir gerne ein Leben wünschen. Bad Guy von Billie Eilish. Und für den Armin aus Linz gibt's gleich Madonna mit Tegabau. Sheda Karasi spielt den Song deines Lebens. Hitradio Ö3. Hitradio Ö3. Hier ist der Song deines Lebens auf Ö3. Das ist der Song meines Lebens. Der Song meines Lebens. Hallo, ich bin der Bastian von Sankt Jakob. Wir wünschen mir Bietet von meinen Geschehen. Du sagst, was läuft. Wir spielen 0800 600 600. Österreichs Hitradio im Frühling. Schlechte Gags und gute Musik am Tag des Thunfischs. Im Hitstorm auf Ö3. Hier ist Ö3. Österreichs Hitradio. Und jetzt Zeit für Musik. Hallo. Willkommen in der Hilderei. Willkommen in der Hilderei. Gute Nachrichten, gute Musik und gute Unterhaltung. Das ist die Hilderei mit Gaby Hilder. Und ich red natürlich nur, wenn's wirklich was zu sagen gibt. Und ansonsten läuft hier gute Musik für die gute Mood. Willkommen in der Hilderei. Yes. Hier ist Ö3. Österreichs Hitradio. Einfach geil. Emotional damage. Ja, okay. Aber jetzt ist wieder Zeit für Musik. 17.13 Uhr. Ö3 ist hier. Kurzes Update aus der Verkehrsredaktion. Bernhard, in Salzburg gibt's eine Tunnelsperre. Der Taurentunnel ist gesperrt auf der A10 der Tauernautobahn Richtung Villach. Da steht ein LKW mit blockierten Bremsen im Tunnel. Das wird also länger dauern. Hier noch mindestens eine Dreiviertelstunde. Also Pkw können großräumig über die B99 und Obertauern ausweichen. Die 5 um 5 auf Ö3. Mit Philipp Hansa. 23.12 Uhr. Hier ist Ö3. Wir unterbrechen für eine Geisterfahrermeldung. Achtung Autofahrer in Salzburg. Auf der A10 der Tauernautobahn kommt Ihnen im Bereich Flachau ein Geisterfahrer entgegen. Attention to all drivers. Danger on the motorway. A10 Tauernautobahn. There's a vehicle driving in the wrong direction between the Catchberg Tunnel and Villach. Drive carefully in both directions. Bleiben Sie bei uns. Wir geben Entwarnung, sobald der Geisterfahrer die Tauernautobahn verlassen hat. Wenn was passiert, sofort informiert auf Ö3. Hier ist Ö3. Österreichs Hitradio. Makes you want to dance, kind of. Zeit für Musik. Klingt cool. Das klingt nice. Schönen Abend Österreich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Willkommen im Hauptabend. Hier läuft's. Die Ö3 Hauptabendshow mit Susi Zuschmann. Und jetzt Zeit für Musik. Wochenende, hoch, hoch die Hände. Der Filze weckt hier auf Ö3. Nice, du bist nicht dabei. Hoch die Hände. Willkommen im Wochenende. Und damit er so klingt, wie's klingen soll. Hey, Ray Dalton und Alvaro Soler stehen schon in den Startlöchern. Icona Pop genauso. Und gleich gibt's Torsten Einersong. Super, super Samstag. Mit Tom Filzer. Hoch die Hände. Hoch die Hände. Schönes Wochenende. Hier ist Zeit für Musik. We got this food for you. Es ist einfach extrem cool. Hier ist Ö3. Österreichs Hitradio.